Tim Bensko ist auf Deutschland-Tour. Doch diesmal ist alles anders. Denn dank Bandsucht Bleibe übernachtet Tim direkt bei seinen Fans. Und statt Nightliner und Hotel gibt's Studenten-WG, Familienanschluss und skurrile Begegnungen. Er kriegt einen Schlüssel. Bandsucht Bleibe mit Tim Bensko. Ab 5. September immer freitags bei Viva. Bandsucht Bleibe wird dir präsentiert von Schwäbisch Hall.